Hey, mein Name ist Nick von Unicorn Finance und in diesem Video zeige ich dir alle Krakengebühren. Dabei erkläre ich dir ganz genau, wann und wo diese anfallen. Krakengebühren erkläre ich dir dabei für Kraken, Kraken Pro und Kraken Futures. Falls du noch keinen Kraken-Account hast und dir gerne erstellen möchtest, mach das am besten über den Link unten in der Videobeschreibung. Darüber unterstützt du nämlich nicht nur diesen Kanal, sondern landest auch auf der richtigen Krakenseite. Generell geht Kraken sehr transparent mit ihren Gebühren um. Diese werden auf der eigenen Gebührenseite transparent ausgewiesen, sowie auf diversen Supportseiten ausführlich erklärt. Auch innerhalb der Plattform werden Gebühren immer transparent angezeigt, wenn diese anfallen. Lediglich die umfangreiche Gebührenstruktur und der komplexe Aufbau der Plattform kann auf den ersten Blick überfordern. Um die Kraken-Gebühren zu verstehen, ist es deshalb hilfreich zu wissen, welche unterschiedlichen Angebote Kraken separat voneinander anbietet, denn jeder Teilbereich bzw. jedes Angebot von Kraken besitzt nicht nur eine eigene Oberfläche oder eine eigene App, sondern eben auch die eigene unterschiedliche Kraken-Gebühr. Kraken teilt sich dabei auf in Kraken, Kraken Pro, Kraken Futures und Kraken OTC. Wenn nur von Kraken geredet wird, ist damit im Normalfall nur das Instant Buy Widget in der Web-Oberfläche gemeint oder die separate normale Kraken-App. Darüber bietet Kraken lediglich den einfachen Handel von Kryptowährungen an. Die Oberfläche ist dabei besonders einfach gehalten, um die Zielgruppe anzusprechen, welche eben möglichst einfach Kryptos kaufen möchte. Dafür gibt es hier eine höhere Gebühr. Das Instant Buy Widget ist erreichbar, sobald man in der Web-Oberfläche angemeldet ist, indem man einfach nur noch hier oben auf Buy Krypto klickt und dann landet man hier eben auf der einfachen benutzerfreundlichen Web-Oberfläche, eben diesem Instant Buy Widget. Das Pordor dazu ist, wie gesagt, die normale Kraken-App aus dem App-Store auf dem Handy. Als nächstes gibt es noch das Kraken Pro-Angebot. Dieses ist eben erreichbar über die Trade-Funktionen im Web-Browser oder die Trading-Oberfläche beziehungsweise über die separate Kraken Pro-App im App-Store. Kraken Pro ermöglicht ebenfalls den Handel von Kryptowährungen, bietet dazu aber im Gegensatz zur normalen Kraken-Oberfläche weitaus mit Einstellungsmöglichkeiten sowie den Handel mit Hebel oder eben das Staken von Kryptowährungen. Die Gebühren sind dabei wesentlich geringer. Die Trade-Funktion ist dabei einmal erreichbar, wenn man hier in der Web-Oberfläche oben auf Trade klickt. Die andere Möglichkeit ist, eben über die Trading-Oberfläche zu handeln. Dazu klickt man hier oben rechts einmal auf dieses Viereck, dann auf das Kraken-Terminal und darüber gelangt man jetzt hier eben in die Trading-Oberfläche, in der man eben auch handeln kann. Das Pordor dazu ist dann eben auch wieder die Kraken Pro-App aus dem App-Store. Darüber hinaus bietet Kraken eben noch Kraken Futures an, wo man eben Futures auf Kryptowährungen handeln kann. Die sind eben auch erreichbar, einmal oben über das Viereck und dann über das Future-Trading. Auf diese Weise landet man eben in einer anderen Trading-Oberfläche, wo eben separat nur die Futures gehandelt werden. Darüber hinaus gibt es noch Kraken-OTC, aber das ist jetzt für uns eher unrelevant. Daher werde ich jetzt hier die Gebührenstruktur nicht weiter erklären. Also ich hoffe, du hast verstanden, welche unterschiedlichen Angebote bzw. Oberflächen Kraken eben anbietet. Diese sind eben alle gemeinsam über einen normalen Kraken-Account erreichbar. Und welche Gebühren jetzt wo genau anfallen, werde ich dir jetzt gleich separat genau erklären. Davor vielleicht noch ganz kurz, welche Gebühren fallen denn nicht an? Das ist ja auch immer wichtig zu wissen. Und zwar fallen für die Kontoführung keine Gebühren an, für die Verwahrung von Kryptowährungen oder Echtgeld, also Fiat-Währungen. Für Staking und den Transfer von Währungen auf das Future-Wallet fallen laut Kraken eben auch keine Kosten an. Auch eine Inaktivitätsgebühr gibt es hier nicht. Als erstes schauen wir uns die Kraken-Gebühren für Einzahlungen und Auszahlungen an. Auf Kraken kann insgesamt in sieben Währungen Geld eingezahlt werden. Egal, ob du über die Kraken- oder die Kraken-Pro-App bzw. die Web-Oberfläche eine Einzahlung vornimmst, der eingezahlte Geldbetrag steht auf beiden Oberflächen bzw. in beiden Apps zur Verfügung. Auch die Einzahlungsgebühren sind überall gleich. Die sieben Währungen, in denen eingezahlt werden kann, sind eben einmal der US-Dollar, für uns interessant der Euro, Schweizer Franken, Kanadische Dollar, Yen und Britische Pfund. Je nach Währung und Zahlungsoptionen fallen dann eben verschiedene Gebühren an. Für uns interessant eben jetzt ist der Euro. Kraken besitzt dabei eben sechs verschiedene Bankkonten, auf die du deine Euro-Einzahlung hinüberweisen kannst, um Guthaben auf Kraken einzuzahlen. Alle SEPA-Bank-Überweisungen sind kostenlos und mit einer Mindesteinzahlung von 1 Euro möglich. Die günstigste Einzahlungsmöglichkeit über eine SWIFT-Bank-Überweisung ist bei der Fido-Bank auch kostenlos, allerdings nur bei einer Mindesteinzahlung von 50 Euro. Neben der Möglichkeit einer Banküberweisung per SWIFT- oder SEPA-Verfahren gibt es eben noch die Möglichkeit, über das Instant-Buy-Widget bzw. die normale Kraken-App, aber eben nicht über Kraken-Pro, noch die Funktion, eine Master- oder eine Visa-Kreditkarte oder eine Debit-Karte hinzuzufügen und darüber eben sofort Kryptowährungen ohne Wartezeit zu kaufen. Hierbei fallen allerdings zusätzliche Kosten an. Pro Kauf fallen einmal 25 Cent plus 3,75 Prozent Gebühren an. Darüber hinaus fallen dann später noch die normalen Handelsgebühren, die ich dir gleich noch erkläre, zusätzlich an. Der Mindestbetrag liegt hierbei bei 10 Euro und der Höchstbetrag innerhalb von sieben Tagen bei 7.500 Euro. Auf Kraken kannst du dein Geld auch in den sieben genannten Währungen auch auszahlen lassen. Eine Auszahlung an eine Debit- oder Kreditkarte geht eben nicht, sondern eine Auszahlung geht nur per Banküberweisung auf ein Konto. Kraken besitzt auch hier wieder sechs verschiedene Bankkonten, von denen du dich in Euro auszahlen lassen kannst. Die günstigste Variante ist hier eine Auszahlung per SEPA-Banküberweisung von der Fidor-Bank aus. Dabei kostet eine Auszahlung 9 Cent pro Überweisung. Die günstigste Auszahlung per SEPA-Banküberweisung kostet 5 Euro pro Überweisung bei einer Mindestauszahlung von 100 Euro. Als nächstes zeige ich dir noch die Gebühren für das Senden und Empfang von Kryptowährungen. Beim Senden von Kryptowährungen wird eben eine pauschale Gebühr erhoben, welche genutzt wird, um die Netzwerkgebühr der Blockchain zu bezahlen. Diese Gebühr ist allerdings eben für jede Kryptowährung unterschiedlich und muss separat nachgeschaut werden. Diese Gebühr kann sich dann eben auch je nach Netzwerkauslastung verändern. Hinzu kommt eine Mindestmenge, die gesendet werden muss, ansonsten funktioniert eben die Sendung nicht. Bei Bitcoin beispielsweise müssen mindestens 0,0005 BTC gesendet werden und die Pauschalgebühr beträgt aktuell 0,00002 Bitcoin. Unter dem Video findest du auch nochmal alle Links zu den Seiten, wo die Gebühren nochmal genau tabellarisch bei Kraken aufgelistet sind, wo du das auch nochmal alles nachschauen kannst. Das Einzahlen von Kryptowährungen ist auf Kraken für die meisten Kryptowährungen kostenlos, allerdings gibt es auch hier eine Mindesteinzahlungsmenge. Liegt die Einzahlung unterhalb des Einzahlungsminimums, kommen die Kryptos eben nicht auf Kraken an. Wie gesagt ist das Empfangen von Kryptowährungen für die meisten Kryptowährungen kostenlos, allerdings gibt es für vereinzelte Kryptowährungen eine Gebühr für das Einrichten einer Empfangsadresse oder eben eine pauschale Einzahlungsgebühr. So fällt beispielsweise bei Chainlink oder Mana eine Gebühr für die Adressenerstellung an, bei Ethereum Classic hingegen fällt beispielsweise eine Einzahlungsgebühr an, allerdings ist die Adresseneinrichtung kostenlos. Auch hier ist nochmal die Liste unter dem Video verlinkt, allerdings sei auch gesagt, dass in der Plattform, sobald du eine Kryptowährung empfangen willst oder etwas anderes machst, auch hier die Gebühren immer transparent angezeigt werden und du keine böse Überraschung erleben musst. Als letztes erkläre ich dir jetzt noch die Gebührenstruktur für das Handeln von Kryptowährungen, also für das Kaufen und Verkaufen. Die Handelsgebühr von Kryptowährungen unterscheidet sich nämlich je nachdem, ob du über Kraken oder Kraken Pro handelst. Konkret bedeutet das, kaufst du oder verkaufst du über die einfache Kraken App, Bitcoin oder andere Kryptos, fallen 1,5% Gebühren auf die Handelssumme an. Auch über den Webbrowser wird diese Gebühr veranschlagt, wenn du über die vorhin schon gezeigte Instant Buy Widget Funktion kaufst oder verkaufst. Kaufst du also über die beiden gerade genannten Wege, zahlst du also immer eine weitaus höhere Gebühr, als wenn du über die Kraken Pro bzw. über die Trade Funktion oder die Trading Oberfläche deine Kryptos kaufst. Vorteil ist natürlich, dass diese Oberfläche hier weitaus simpel und einfach gehalten ist, sodass jedem eigentlich der Kauf von Kryptowährungen ermöglicht wird. Allerdings gibt es eine Ausnahme, kaufst du Stablecoins über die Kraken App oder über das Widget, wie zum Beispiel USDT oder USDC, fallen eben nur 0,9% Gebühren an und nicht 1,5%. Allerdings nur dann, wenn du diese Stablecoins mit USD, also US-Dollar kaufst oder eben mit anderen Stablecoins bezahlst oder ausbezahlt wirst. Kaufst du über die Kraken Pro App oder über die Trade Funktion oder die Trading Oberfläche, Bitcoin oder andere Kryptos beginnen die Handelsgebühren bei 0,16 Maker und 0,26 Taker Gebühren. Du bezahlst also weitaus weniger Gebühren für exakt die gleichen Kryptowährungen, die du am Ende deinem Wallet liegen hast, als wenn du eben über die Kraken App bzw. über das Instant Buy Widget kaufst. Zudem hast du weitaus mehr Orderarten und Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung und natürlich kannst du auch hier mit Hebel handeln. Nachteil ist, dass es eventuell für komplett unerfahrene umständlicher bzw. schwerer ist, Kryptos zu kaufen. Die Handelsgebühr ist dabei gestaffelt, das heißt umso höher dein Handelsvolumen der letzten 30 Tage ist, desto geringer wird dann auch die Gebühr. Handelst du beispielsweise in der nächst höheren Stufe von 50.000 und einem Dollar bis 100.000 Dollar Handelsvolumen in den letzten 30 Tagen, zahlst du nur noch 0,14% Maker und 0,24% Taker Gebühr. Auch hier gilt beim Handel von Stablecoins als Basiswährung wie OSDT oder DAI oder FX Handelspaare wie US-Dollar und Euro, fallen geringere Gebühren an. Diese Gebühr beginnt auch hier bei einer gleichen Maker und Taker Gebühr von 0,2%. Die Handelsgebühr ist auch hier gestaffelt, das heißt umso höher dein Handelsvolumen der letzten 30 Tage ist, desto geringer wird auch hier die Gebühr. Noch ganz kurz erklärt, was der Unterschied zwischen einer Taker und Maker Gebühr ist. Die Bezeichnung und Entstehung der unterschiedlichen Gebühren hat nämlich mit der Liquidität des Orderboots zu tun. Dabei ist in der Regel die Taker Gebühr höher als die Maker Gebühr. Eine Taker Gebühr fällt nämlich genau dann an, wenn deine Order direkt zum nächsten möglichen Zeitpunkt ausgeführt wird und nicht erst ins Orderbuch geschrieben wird. Taker eben deshalb, da du direkt Liquidität aus dem Orderbuch herausnimmst. Eine Maker Gebühr fällt dann an, wenn deine Order ins Orderbuch geschrieben wird, da sie eben nicht direkt zum nächsten möglichen Zeitpunkt ausgeführt werden kann. Auf diese Weise wird dem Orderbuch nämlich Liquidität hinzugegeben. Daher auch die Gebührenbezeichnung. Liquidität nehmen, Take und Liquidität machen, Make. Wenn du genau wissen willst, wie du eine Taker oder Maker Gebühr erzeugst, indem du deine Order richtig einstellst, dann schaue auch dazu in die Infobox. Dafür habe ich auch schon ein Video gemacht. Zusätzlich kannst du in der Krakenproberfläche durch klassischen Marginhandel eben auch mit Hebel handeln, und zwar bis zu einem Hebel von 5. Dabei entstehen allerdings zusätzliche Margingebühren. Krakenmargingebühren setzen sich dabei aus der Trading, aus der Opening und aus der Rollovergebühr zusammen. Als Tradinggebühr fällt eben die Ordergebühr an von Krakenpro, die ich eben gerade erklärt habe. Zusätzlich kommen dann noch die Opening- und die Rollovergebühr hinzu. Diese beginnen bei einmaliger 0,02% Openinggebühr und alle 4 Stunden fällt dann eben noch eine 0,02% Rollovergebühr an. Je nachdem, welches Handelspaar gehandelt wird, kann die Opening- und die Rollovergebühr eben auch nur bei 0,01% liegen. Wenn du auf Krakenfutures handeln möchtest, fangen die Gebühren dort bei 0,02% Maker und 0,05% Takergebühr an. Die Handelsgebühr ist gestaffelt, das heißt, umso höher dein Handelsvolumen in der letzten 30 Tage ist, desto weniger wird auch hier die Gebühr. Das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Falls du noch Fragen hast, schreib mir die gerne unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, auf jede Frage zu antworten. Abonnier auch gerne den Kanal, damit du immer das richtige Tutorial griffparat hast. Und falls du noch keinen Kraken-Account hast, melde dich am besten über den Link unten in der Videobeschreibung an. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.